war es geht was läuft meine freunde heute sind wir im sport hasa casino gamblejewy ist zurück wir haben eine balance von tausender wir werden direkt bonusbuys heute probieren weil sich das gewünscht wurde ich fange an mit 200 euro invest hoffe dass wir heute mal was kriegen hier was schön ist direkt die 25 x bombe die nicht zündet aber ja 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 weiter so das macht schon mal 160 euro 20 gut leider niedrigen kann wir gewinnen 36 203 euro ist aber okay hast ja hier von investment ja 209 euro 200 eingesetzt ich kann nicht anders muss direkt hoch gehen ihr kennt mich war 200 dabei ist man aber jetzt waren wir mal vielleicht haben wir direkt glück optimalfall ja 25 jetzt ja weiter 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 komm 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 weiter höher höher weiter 370 euro direkt da war doch gar nicht schlecht 385 da geht doch schon was und jetzt muss ich nachvollkommen multi schade fällt kein multi mehr nach noch mal 122 euro da natürlich der 25 er ist natürlich noch mal gewesen jetzt und da fällt nichts nach das ist so ein klassiker schade aber okay 539 euro hätte schlechter hätte besser laufen können langs hier funktioniert machen wir weiter ich hoffe jetzt mal auf die auf die fette bombe ja komm 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 So kann es natürlich auch laufen, 20 Euro nur Wattenmüll. Das ist schon wieder komplett mies Leute. Ich werde es jetzt einmal probieren, aber es muss doch mal klappen, mal wieder. Ja, mit meinen 200 Bonus-Bice bin ich gut hingekommen heute, jetzt komm. Ah, Verlängerung, okay. Und da hat er die 5 auch schon wieder weggefressen. Ja komm, so ein bisschen was kannst du aber mal werfen. Alter. Ach, wieder plus 5, ich habe es gar nicht richtig beachtet. Aber dann bau jetzt mal auch einen auf. Jetzt hau mal einen raus. Komm. Ja, mehr, 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 komm. 407,40 Euro, okay. Da muss ich mal eine höhere Bombe kommen einfach. Komm, jetzt hau einen raus. Aber gut, 641,20 Euro, da haben wir uns noch relativ gut gerettet für diesen hohen Bonus-Bice. Ich brauche jetzt nochmal 400 jetzt wieder. Jetzt muss doch mal ein bisschen. Ein bisschen müssen wir nochmal hinkriegen. Okay. Ja. Ja. 78 Euro. und eine bombe kommt keine bombe ach es ist doch verflixt und zugenäht hier leute dass wir es jetzt hinkriegen direkt verlängerung ok was macht das 2453 jahrmann 50er bombe das war doch gut jetzt noch mal 167 euro 40 wir haben noch viele spiele er könnte theoretisch noch mal was starten hier wenn er will jetzt noch mal 110 euro 40 2746 ja weiter komm nein kriegst du noch 40 euro 46 wow 2823 euro und 80 cent auf 4 euro das war jetzt gar nicht schlecht einmal für euch einmal 8 euro wehen rein vielleicht haben wir nochmal glück nochmal so ein hit ne 16 ach schade 160 euro da hätte ich schon was kommen können jetzt komm weiter weiter die bomben sind schon im weg die müssten eigentlich so geil nach 20 ok 282 euro dann werden wir hier runter gehen auf 320 spannend ist es ja dass wir erstmal hier mit dieser strategie hoferbeiten auf 2 1 1 2 2 4 4 6 5 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 6 7 8 8 8 9